Tierdesigner, willkommen in Staffel 2! Komische Begrüßung, aber okay. Ist mein Murmeltier schon fertig? Das Tier, was sich wie eine Murmel zusammenrollt? Ja, hier steht, ich sollte ein Igel in eine Schildkröte stopfen. Das war irgendwie überhaupt kein Problem. Oh mein Gott, es kann wirklich kugeln? Und es ist sogar kugelsicher. Wir ziehen das Kugelmotto voll durch. Und wenn der Ball ins Wasser fällt? Oh, so ein Mist. Könnte es doch nur seine Gedärme wie ein Schlauchboot aufpumpen. Oh mein Gott, großartig! Es kann über einen Meter hoch springen, wird bis zu 50 kmh schnell. Und sein Ding Dong... Ist er... Nicht, dass es nötig gewesen wäre, aber einer der Größten. Ja, das Murmeltier. Ja, allerdings war der Name Murmeltier schon vergeben. Willst du mir sagen, den einzigen logischen Namen hat jetzt dieser dicke Eichhörnchen Bär? Es tut mir leid, ich war so aufgeregt und der ganze Papierkram. Ja, zur Erinnerung an dein Versagen werden wir es Gürteltier nennen. Hä, wieso denn Gürteltier? Und genau den Ton soll es auch machen.